Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh. Eine Frage lautet, die sehr oft gefragt wird, muss ich als Konvertit oder als Mensch, das heißt als Mensch, der den Islam gerade angenommen hat, muss ich die Ganzkörperwaschung, auch im Arabischen Al-Russel genannt, muss ich sie durchführen oder nicht? Wie ist hier das Urteil? Erstmal muss man wissen, dass es hierzu zwei Ansichten gibt der Gelehrten. Eine Ansicht, die sagt, das ist eine Pflicht, man muss das machen. Und die andere Ansicht, die sagt, das ist beliebt, also erwünscht, dass man das macht. Entweder kann man das unterlassen und wenn man das aber macht, dann kriegt man dafür einen Lohn von Allah azawajal. Und die richtige Ansicht ist, dass man es machen muss. Das heißt, der konvertiert, der konvertiert oder der zum Islam konvertiert, für ihn ist es verpflichtend danach, wenn er den Islam angenommen hat, durch das Aussprechen des Glaubensbekenntnisses, dass er die Ganzkörperwaschung bzw. den Russel durchführen muss. Und der Beweis hierzu ist die Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qais ibn Asim anbefohlen hat, den Russel oder die Ganzkörperwaschung zu vollziehen, als er den Islam angenommen hat. Was ist aber die Weisheit, dass man das machen muss? Durch die Annahme des Islams hat man sein Herz durch die Annahme des Islams gereinigt. Was aber noch dazu gehört und wo der Islam auch natürlich dazu motiviert, dass man auch sein Äußeres reinigt und nicht nur sein Inneres. Und durch die Ganzkörperwaschung erreicht man auch die Reinheit des Äußeren und durch die Annahme des Islams die Reinheit vom Inneren. Hab ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Hab ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir oder الشيطan? Subhanakallahumma wabihamdik. Aşhado an la ilah illa ant, astagfiruka wa atubu ilik.